So, jetzt einen anderen Charakter. Das werden die Gelände, die jedenfalls gehört und die nicht erweitert sind. So. Dann müssen wir hier mal rausziehen. Wir sehen schon mehr. Wenn es ein Eck zu leicht wäre, dann ist es cool. Dann fallen. Dann dann... ...kannst du raus? Okay. Okay. Wollen wir nicht hier langs. Guck mal. So. So. Und dann gehen wir mal... ...schöne Häuser, also wenn es dumm ist, ist es so schön, hier haben wir den Charakter und so. Oh, hier gehört das Grab. Ich glaub, schau. So, da drüben muss ich jetzt ganz schön. Aber das ist so mit, das ist ein bisschen kult. Und dann gehen wir mal ins Heuschen-Fibchen. Und dann gehen wir mal ins Heuschen-Fibchen. So. So. Kruselig. Schönes Bild, wo den los. Ach, eine Herzblattinsel, da wo ich vorhabe. So. Das letzte Mal über den Auto, dann, also wie man aufs Dach kommt. So. 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 Und dann kann man drunter fallen. Nein, dann kann man jetzt was auf Platz. Okay, leider nicht. Oh, dann kommt ein Boot. Jo, das war's davon. Und ja.